Und damit Halli, hallo Hallöchen zu einem neuen Projekt und zwar zu Spin Tires mit dabei ist Crazy Niko oder einfach nur Niko oder wie auch immer. Wie auch immer, ne Niko reicht ne, würde ich sagen, sonst muss man ganz viel sprechen. Hey 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 Crazy Niko, ich hab eine Frage. Hallo Tim Burgen, ähm, ähm, bleiben wir beim Jeep, wir bleiben beim Jeep. Wir bleiben erstmal beim Jeep, bevor wir die auch reizen, aber nein, wir bleiben erstmal beim Jeep. Wir können ja die Großen auch gleich fahren, ne? Nö. Nö, gut, fahren wir auf dem Jeep. So, wer das Spiel nicht kennt, das ist die Matsch-Simulation für große Jungs, die sich kein Matsch und kein Matsch-Auto leisten können. Nur für harte Kerle, so wie wir. Ja, es ist, es macht Spaß und wir wollen nicht den Spaß einfach mal näher bringen und ja, wir decken erstmal die Map auf, weil wie ihr seht, ist die verdeckt, mehr oder weniger, die eher weniger. Und versuchen halt erstmal die ganze Map aufzudenken und mal alle Punkte zu erreichen. Ja, mal gucken, wie doof wir uns anstellen. Sehr. Ich könnte später in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das Spiel findet. Ja, schreibt es in die Kommentare los, jetzt. Das würde mich mal interessieren, wie die das Spiel finden sollen. So, ich habe einen Wegpunkt zum ersten Links gelegt, wir könnten eigentlich schon noch was logen. Lassen wir uns mal kurz raufhangen. Erstmal, zack, nein, das ist auch aus. Das ist halt eins, so, okay. Ja, bieb, bieb. Oh, Alter, meine Ping ist gerade wunderschön, oder das ist deiner? Deiner, was ist los mit dir? Keine Ahnung. Jetzt schreiben sie in den Kommentaren, macht die Pornoseiten aus. Die Downloads. Downloads. Bei einer 6K-Leitung ist nicht viel mit einem parallelen Download. Oh, das geht ja richtig ab hier oben. Ich habe damage. Nein, 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 nein. Du wirst den Weg hier fahren, ne? Ja, leg dich noch hin, gleich zum... Ja, es war knapp. Wir sind gleich rausgefahren und schon nicht sehen, noch. Es war knapp, auf jeden Fall. Ah, ich fahre mal gemütlich hinter dir her. Was ja gar nicht von du dir jetzt lang fährst. Links lang müssen wir. Ja, dann mach doch doch nicht hin. Sonst hängt gleich ein Schlamm. Fahr du doch erst mal an mir vorbei. Ich bin hinter dir. Wir machen jetzt einfach mal das Licht an, also Havi Licht. Lustig. Das war ein Hupe. Ja, die Hupe ist cool. Diese Hupewelle, die... Cool. Wenn du mal stecken bleibst, einfach mal die Hupe betätigen. Denkst du, die Welle presst dich raus? Durch die Hupewelle, weißt du, bist ja wieder frei. Wir sind ja schon da. Na, das ist... Zumindest... Wo ist denn jetzt Hupewe? Wer ist denn... Die? Ach, I. Die. Stimmt. Du Gupe. Oh, Brücke. Oh, stimmt. Ah, danke. Nein. Das geht ja gut los. Dann können wir mich wieder hinstellen. Nein. Warte. So, jetzt hier. Wir haben nämlich sogar eine Wind da. Sogar... Wo willst du hin? So, bitteschön. Warte, warte, warte. Ich schaffe ich's. Ich schaffe es noch alleine. Nicht. So, und jetzt kann ich ihn ja ziehen. Und statt dass ich ihn rausziehe, ziehe ich mich nach hinten. Das ist klar. Ich glaube, das wird auch nicht beim ersten Mal bleiben, dass er mich rausziehen muss. Ich gebe schon Vollgas nach vorne. Komm schon. Komm schon. Ich bin schon ab. Danke. Du musst schon abmachen auf die Wind. Ach so. Ich muss. So, und die fahren jetzt am günstigsten. Ich glaube, wir werden erstmal nicht recht sehen. Komm und da, Kronter. Ja? Ähm. Ja, durch den Wald, glaube ich, ist es. Ja, gut, ne, aber da links war auch ein bisschen staller Abhang. Das... Nein. Muss nicht sein. Warum fährst du schon wieder hier lang? Ich lieg doch bestimmt gleich wieder. Na wie denn sonst? Fahr du doch vorn weg. Nee. Ich bleib nur hinter dir. Das sehen aber meine Zuschauer nichts. Meine... Ach, so vielen Millionen. Ich häng auf dem Stein. Ich seh das. Oh, warte. Der Hinke-Stein. Ich fange jetzt schon wieder anzudrücken. Das ist doch wunderschön. Äh, ich kann dir einen Tipp geben. Kauf die Wäsche von Orkett. So, hier, lang. Quatsch. Gehst du. Da ich eigentlich eh kein Headset brauche, kann ich eigentlich ganz normal, aber die klingen besser. Hm. Hm. Ich häng. Nee. Okay, ich häng nicht. Wir kommen wieder nicht hoch, ne? Den Berg da... Nee, das wird schwierig. Ja, so langsam. Zweitergang kommt schon. Bahn. Oh Mann, ältersteine, Mann, warte doch. Ich wollte ja nur mal einen Anschluss so geben. Jetzt brauche ich einen Anschluss. Sehr nice. Jetzt habe ich selber keinen Sprung. So. Oh, was ist denn da? Alter, diese Baumstämme. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ja schon mal lang gefahren bin. So. Ich bin drüber. Ich nicht. Es liegt hier schon wieder so ein Verkacktab... Windeer, so. Zieh mich drüber. Ja, so. Drüber, danke schön. Ich komme hier nicht drüber. Ich kann nicht hupen. Ich kann nicht hupen. Verarsch. Geh, wie Gustav. Ich kann nicht... Was? Doch. Ach, geh. Sag das, ich aufstehen. Das habe ich verstanden. Ihr dann, keine Ahnung was, und ich häng schon wieder fest. Warum? Soll ich auf dich warten? Ich habe mich eingebuddelt. Ach, warte, dann komme ich dich rausziehen. Geh rausziehen oder muss ich zurück? Ne, es reicht sogar. Du kannst jetzt stehen bleiben. Ja, habe ich schon. Zieh. Was hast du? Ah, cool. Komm schon. So, das reicht. Wow. Ne, jetzt häng ich. Ne, doch nicht. Gut. So kann ich jetzt nicht fahren. Ach so. Handbremse raus. Geht das schon wieder los. Eine halbe Stunde gucken, warum das Auto nicht fährt. Handbremse. Wenn es denn echt bloß auch so wäre. Du willst anfahren. Mein Auto ist kaputt. Rufst noch ADAC. Was? Ups. Ups. Du hast richtig dezent nach Kupplung und dann, ich komme nicht los. Ähm. 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 Müssen wir auch hier rechts weg, oder nicht? Ähm. Warum liegst du denn? Ich war müde. Ich war müde. Äh. Tim? Tim ist müde. Tim muss schlafen. Was wird denn das? Was wird denn das? Was wird kuscheln? Kuscheln! Kuscheln! Äh. Einmal hier. Und einmal hier. Und. Zack. Wahrscheinlich musst du noch ein Stück nach rechts. Oder. Nee. Ach so. Ich wollte gar nicht abmachen, Mann. Du musst sie dran lassen. Und du fährst einfach gerade aus die Straße weiter. Theoretisch müsste das gehen. Jetzt musst du aus dem Menü raus mit V. Dann kannst du fahren. Links lang. Links lang. Das andere links. Genau da lang. Und ziehen gleichzeitig mit der Runde. Ja. Da war doch was. Och. Warum gehen denn das nicht? Nee. So kommen wir nicht raus. Ich glaube, ich hänge so richtig schön fest. Ja. Ah. Ja. Kann ich mich nicht eigentlich selber rausziehen? Nee. 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 Nee, kann ich nicht. Gut. Vor allem stupsen. Nee, warte mal. Geh mal. Fahr mal noch ein Stück weiter. Den Weg runter. Nee. Jetzt fährst du mal den Weg runter. Genau. Die Straße ein Stück weiter. Links lang. Doch heute. So und jetzt versuchst du mal, mich noch mal festzumachen. Sollte reichen, da mit der Entfernung. Ah, eben mit Kamera drehen. Kamera drehen. Kamera drehen. Ist wunderschön. Ach ja, geht. Also manchmal, ne, nicht steuern. Da, da. Los geht's. Ja, liegt da gleich auf dem Dach. Nein, mit mir sehr schön. Sehr erst mal. Kann ich dich nicht so mitnehmen? Warte mal, ich zieh dich einfach mit. Ja. Oh, mein Freund. Ich nehm dich jetzt so mit. Ich find's was mit. Wie gehen, dass ich da runterfall... Und auf einen kriegen wir eben. Also umfallen, mein ich. Ja, ich liege auf der Seite. Zumindest lade ich eben. Ich nehm dich jetzt so mit. Ich hab da keinem viel los. Ja, 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 warte, warte, warte. Ja, 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 ja. ich stehe ich stehe ich stehe du stehst ich stehe die räder waren noch nicht auf dem boden da geht das licht an und der motor startet ja der meister war dran hat dir wieder geholfen kleid und clever kaufen bei nico bei nico und seit meinen nostalgie gaming schon ring das klingt nach dem welbespruch das cool hey jetzt noch drängeln so ist das noch an ist das noch an ist das noch an an der flur fahren kommt stehen etwas zu steigt das geht nein ich würde sagen immer gleich da recht fuhr die man gleich mal auf landen ja okay wir müssen gleich links hier durch rückwärtsgang jetzt wieder ein vorwärtsgang reinhauen und wo es kommen wir da durch den bald fahren wir links oder rechts vorbei weil hier links oben vorbei hier am hügel ich fahre noch rechts vorbei was sehen wir zuerst da ist ja du bestimmt weil jetzt hänge ich nein nein lalala fährst du oder hängst du ich fahre hier ist übrigens eine straße ich fahr trotzdem hier dumme idee und hier ist fuel was ich bin beim fuel willst du mich verarschen jetzt fahr rechts rum da ist eine schöne straße wenn ich jetzt hier weiter fahrst du mir komm ich schon berg runter ja wie komm ich jetzt hier raus wo ich gefahren bin ja ich komm doch wir stellen uns so dämlich an quatsch zwölf minuten haben schon eine abdeckung wo bist du die straße lang also hinter dem wald müsst du links runter und ich komme jetzt gegen links ja ja ich komme schon ja jetzt hänge ich an die steine das schaffe ich mit dem zweiten gang man kann auch ich weiß ja nicht wie fährst du manuell oder automatisch gang manuell man braucht auch nicht halten eigentlich ne na gut aussitzt du stehst ja gut fährst du manuell oder automatisch ich drücke nix also automatisch ja also du hast bis da oben rechts in der gasse das nur ein so ein punkt ist so einmal auftanken bitte vielen dank aber da oben ist gleich eine abdeckung muss ich gerade sagen auf geht's ja jetzt ist ein wunder du mit deinem raketenauto mit high ping düst du mir weg ey es ist ja ach komm so high ist er gar nicht gut er war gerade 1.2 Sekunden Millisekunden so sind wir frei das ist immer noch nicht aufgedeckt 17 also irgendwie ich weiß nicht ob das auch schon aufgedeckt ja aber auch bestimmt gerade rum ja das war das letzte mal aus und so weil das hatten wir schon mal oh mein aufgedeckt was ist gedamaged aber nehmen wir gleich mal die andere ja so die damage kommen wir nachher noch wenn wir einen total schaden haben kannst du dich zum beispiel nachher so können wir eigentlich jetzt schon sagen ne du hast ja zusatzbauten auf dem auto ach echt das wüsste ich ja noch kannst du ja das wissen doch die schuhschauer doch stimmt noch nicht die schuhschauer die schuhschauer ja ich muss noch ein bisschen überrascht mit schuh weißt du mit schuhschauer ähm also die bauten für deinen rapport ja ich fahr hier die straße hier lang gucken manchmal gehe ich meine straße ohne fliegt also diese ingame musik ne die weiß ich nicht bitten sie weglassen das radios scheiße da ist eine kassette drin die klemmt schon seit 30 jahren bannsalat wollen wir die straße weiterfangen ja oder hier links nö die straße ist schön aber hier kommt es auch durch fahr mal gerade aus da ist ein truck ja ja hör auf zu drängeln schnitt ach das ist wieder nur dieser mit hackantrieb haben wir schon gesagt was wir vorhaben ne erstmal nur freischalten wahrscheinlich mit den dicken karen da sind sogar zwei trucks hab ich gesehen sehr nett was sind die voll äh change truck nehmen wir den hier vorne ey der ist sogar voll na gut auch aber die wollen wir doch jetzt nicht wir wollen ja jetzt mal aufdecken und wir können dann später mal mit die vollen fahren vollen fahren haha danke der ist repariert und links auch dafür hat er selber 470 schaden mit dem wollen wir ja nicht fahren wir wollen mit dem jeep weiter fahren jeep aber was hat aber eigentlich können ja die schuh meine kommentaren schreiben fürs nächste let's play ach nächste let's play sag ich schon für die nächsten aufnahmen was wir für ein fahrzeug nehmen sollten fahren das wird auch eine geil na gut auch wenn wir die schauer sagen map wechseln weiß ich ja noch nicht wie das ist ja gut aber wenn man die map ja schon ja ja wenn wir die map eh schon auf haben ist ja egal aber wir könnten noch mit den dicken karen mal rumfahren und die schuhschauer entscheiden mit was wir fahren ja wär ja mal nice sonst überlegen wir dauerhaft was wir gerade fahren möchten komm hier durch komm hier nicht wir können nur 2 verdeckungen oder so machen und dann wechseln wir einfach mal jetzt hier auf die fan trucks auch ja brauche ich ne mal ein baum mit nicht ansatzweise so wendig sind ich muss sagen aber ist das halt ein männerspiel ein männerkraftspiel ja ja ein unbezahltes männerkraftspiel wir werden dafür nicht bezahlt wir werden nur gesponsert na komm mach warte mann lass mich doch mal durch muss in den kreis das ist doch ein bisschen nervig ja ich wollte dir die ab überlassen ach so oh tiefer sand werden die dort nachher angezeigt wie schon vorher aus oder nicht ja ich wollte hier die andere rückwärts hier nehmen jetzt nehmen wir mal ja unten den einzelnen so hier den unten drunter ja hab ich auch und dann können wir ja mal auf die fetten trucks wechseln lass mal hier wieder zurück ne äh ich fahr jetzt hier lang ich seh schon wieder kein weg ich weiß nicht woran das liegt einfach nach süden fahren strikt nach süden ah ich komm ich bleib mal wieder hinter dir ich mag deine rückansicht ich weiß es ist ein schöner A ha 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 vertreider ich komm ja doch oh cool dann ey da strecken sie gerade die vögel auf das ist ja cool ah die haben ich habe schon einen überfahren was dauert durch die Windschutzstrahl doch flatsch oh ja oh es muss so dunkel machen weißt du kein nichts umhören kommen die Rahmen oh ne aufdecke ich den mach ich den mach ich den mach ich den mach ich den kannst du doch und ich bin da ah jetzt ist frei gedeckt wenn du auf die map guckst das ist doch Alter es sind irgendwann ein paar ich 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 liege ein paar zusammengefasst ich bin hinter dir ich liege auf der Seite ich wollte gerade sagen gut dass wir eher auf die Trucks wechseln wollten aber warte jetzt rette ich dich noch aber ich bin ich hänge ja ein Scheinchenmer kann ja nichts machen wenn ich auf der Seite liege warte ich hänge auch fest was ja aber komm wir müssen uns wenigstens befreien und dann noch hinfahren zu dir grad hin? kann sich doch noch bewegen ja komm wir können die Autos da einfach nicht so geschrottet da liegen lassen also so Schweine sind wir auch nicht hallo wir können das vertreten ne ja müssen wir hier lang warte ich bin auf dem Weg ja da können wir zurück und die Kostikken dicken Autos ein Autos ups ich bin vom Baum gefahren in man sich wär cool oh ja kommt bestimmt noch oder hauptsächlich erstmal eine generell eine bessere Kamera aber du musst erreichen ups du meinst die Steuerung nein du willst dich jetzt da nicht hinlegen klatschen ja ich glaub wir weg sind zum dicken Auto ähm äh nein